Musik Zu den in Deutschland vorkommenden Eulen zählen der Uhu, der Waldkauz, der Steinkauz, der Rauffußkauz, der Sperlingskauz, die Waldohreule, die Schleiereule und die Sumpfohreule. Mit Ausnahme der noch recht häufig vorkommenden Waldohreule und des Waldkauzes sind die übrigen Eulenarten hierzulande jedoch immer seltener anzutreffen. Die Sumpfohreule ist in einigen Gebieten vom Aussterben bedroht. Bis auf die Sumpfohreule sind alle Eulen nachtaktiv. Alle Eulen haben bis unten befiederte Ständer. Das außerordentlich weiche Gefieder gestattet ihnen einen lautlosen Flug. Die großen Augen sind parallel laufend nach vorne gerichtet. Schleier und bei manchen Arten vorhandene Federohren unterstützen das feine Gehör. Esslinge, also Jungeulen, die bereits das Nest verlassen haben, aber noch auf die Fütterung durch die Elternteile angewiesen sind, können über neun Stunden während der Nacht ein lautes Fiepen erklingen lassen, das ähnlich klingt wie das Fiepen eines Rehkitzes. Die Sumpfohreule ist die einzigste bei uns vorkommende tagaktive Eule. Länge 38 cm, Flügelspannweite 100 cm. Die Körperzeichnung ähnelt der der Waldohr. Der Sperlingskauz kommt in Deutschland nur im Alpenraum vor. Diese nur knapp staren große Eule gilt als die kleinste Europas. Auffallend ist der relativ kleine und im Gegensatz zum Steinkauz rund wirkende Kopf mit hellem Gesicht. Der Sperlingskauz erbeutet Kleinsäuger und Kleinvögel bis zur Größe einer Amsel. Der Revierruf des Männchens ist sehr markant und weit hörbar.